Servus Leute, ich möchte euch auf diesem Weg einen schönen Weihnachten wünschen und auch gerne zu ihr Geschenke. Leider reicht mir die Zeit nicht für eine Weihnachtstour. Deshalb sage ich euch nur kurz meinen Weihnachtsläger, kurz mal mein Kopfwortgebot, aber ich werde so einstellen wie ich sein hatte. Viele sagen EDS, weil SDS hat eine so schöne Standardlackierung, aber die Weihnachtslägerung findet persönlich so ein rechten Eis. Ich habe auch den neuen E-Pipe für Sound drin. Aber keine Sägen, die sind drin. Ja. Ich bin in Egoe, ich bin in der Sägen, ich bin in der Sägen. Ja. Ich bin in der Sägen, ich bin in der Sägen. Ich bin in der Sägen. Ich habe euch ganz viele Geschenke und ein frohes Fest. Und in diesem Sinne machen wir den Fisch. Wir sehen uns bei einer neuen Tour oder bei einer neuen Was-Vorzeilen. Wenn euch meine Videos gefallen, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Ich bin in der Sägen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ciao.